Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem neuen Video auf meinem Kanal und wir werden heute zum ersten Mal, glaube ich, ich weiß es nicht, also, ja, wir werden heute auf jeden Fall FIFA 17 zocken und ja, und danke, dass ihr zuseht und ja, und kleine kurze Information, ich werde jetzt wahrscheinlich bei jedem Video mein offizielles Intro davor hinstellen und ja, und schreibt es in die Kommentare, wie ich besser aufnehmen kann, wenn es, weil ich weiß nicht, wie man gut aufnehmen kann, von dem her, ja. Wir müssen halt noch ein bisschen warten, ein bisschen warten, warten, ein bisschen warten, halt ja bitter wie EA-Server, Server, ja, EA-Server. Na, also, nein, ich werde, aber ich werde heute gerne Journey spielen. Okay. Oh. Scheiße, ich muss wieder öfter zocken, halt. Das ist schon mehr. Ja, ich spiele in der zweiten Liga bei Aston Villa, ganz vorne, und ja, es profitiert einfach, warum wäre ich nicht einmal ausgewechselt vom, ähm, vom Trainer, ja, ist so, ne? Wohin? Ich spiele immer mit Hunter, äh, mit dem, weil, ich seht ja, äh, Ronaldo oder so, kann überhaupt nicht Fußball spielen jetzt. Früher war er natürlich gut, aber jetzt will er den Leuten das beweisen, dass er besser ist. Jetzt will er immer mehr Ego spielen, und seht ihr, er kann nichts. Ego spielen bringt doch überhaupt nichts. Zusammen geht's eigentlich fast immer, immer, halt, fast immer was besser, und deswegen, ja, das zum Spiel, und außer, ich schiesse mehr Dore mit Hunter, so. Und außer, so kriege ich leichter Punkte, irgendwie. Scheiße. Und da, ich hab so lange nicht mehr gespielt, ich glaub seit zwei Wochen, zwei Wochen jetzt, glaub ich schon, ja. Ah, ihr wollt jetzt genau nur passen, ne? Ja, Amanna. Und schreibt, also ihr werdet danach noch gleich ein Informationsvideo drehen, ein kurzes Ohr und Tja. Ohr, es war schön. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das Video fertig geguckt habt. Und bitte, Philipp, bitte. Ich, ich bete euch an, dass... Weil, wollt jetzt noch... Ohr, fuck, Alter, Hammer, nach Rudermann. Ja, und schreibt es bitte, bitte in die Kommentare, was ich zocken soll, Alter. Das hat bis jetzt in, äh, 35 Videos nur keiner geschrieben, was. Oh, Mann, nach Rudermann. Das ist Keram, Mama. Oder... Ja, endlich. Geht ja. That is great. That is awesome game. That is beautiful. That is game. Yes. Ja, ich wollte einfach mit Manchester United spielen, aber... Ich bin einfach irgendwie in die zweite Liga reinkommen. Und ja. Warum eigentlich, aber... Ja, weil jeder kommt in die zweite Liga, da kann man, glaube ich, von vier Mannschaften auswählen. Und ich habe Aston Villa aus vor 10 gedrückt. Aber ich finde Aston Villa von der zweiten Liga eher am größten. Von der EFL. Ja, was? Pass ab, Salz! Ja. Boah, ich zähl mal Leben. Ja. 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 Alter, ich habe einfach irgendwie so keinen Bock. Ja, er ist verletzt, Alter, akzeptierst du das nicht? Weil ich bin so, als ich wie ein Baby spiele, Alter, ich schwöre. Schaut mal, wie lange ich nicht mehr gespielt habe, bitte. Sonst hätte ich schon drei Tage mit Tanta geschossen, ich schwöre. Das ist echt kein Scherz, ich will nicht angeben oder so. Aber, ja, ich war halt gut, aber wenn man halt, wenn man halt irgendwann immer mal überhaupt nichts mehr macht, dann kann man es halt nicht. Ja, deswegen muss man immer jeden Tag lernen. So wie Hausübung sozusagen, ne? Oh, hat das Geld, Malach! Ja, wenn ich so in zwei Jahren werde ich so eigene T-Shirts wahrscheinlich machen. So eigene Fanartikel mit der Webseite. Ja. Weil mein Papa kann Webseiten designen. Er arbeitet bei Herold und kann halt so eine Webseite errichten. Ich weiß leider nicht, ob er so eine Fanartikel machen kann. Weil er spielt, oh, Elfer, ja, ja, weil er kann zum Beispiel nicht eine Spiele-Webseite machen. Oh, das wollte ich nicht. Oh, das war gar nicht mal bemüht, einfach irgendwie. Ich wollte jetzt eigentlich woanders hin, aber irgendwie hab ich wahrscheinlich gedrückt und egal, ihr habt drinnen, Bruder. Das ist das Wichtigste. Den Rest interessiert uns nicht, ist mir scheißegal, Alter. Oh ja, leckt bei mir. Läuft bei mir. Schau, Alter, wie schön das geht. Ma, Alter, das war so ein China-Bass. Boah, den Bass finde ich so schön. Bei FIFA 18 habe ich den Gläwelei zweimal gemacht. Aber bei FIFA 17 mache ich das fünfmal im Spiel. Ich mache es einfach automatisch. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, ich mache jetzt, wenn ich mit Alexander Adorno mache, mache ich direkt in den Web. Ich heiße mal oben. Direkt, direkt. Er versucht's direkt. Machen in den Web, ne? Läuft bei uns. Ne, wie lange geht das Video schon? Ach, erst neun Minuten, okay. Es geht sich locker aus, oder? Ja, 22. Minute. Ausspiel dauert sechs Minuten. Ja, drei Minuten. Oder kann man auf zwölf Minuten nennen? Zwölf bis 13 Minuten, wenn man das Intro dazu rechnet. Ja, 13 Minuten. Und dann, ja, solange es keine 15 Minuten mehr, weil bei 15 Minuten muss man dann schon zahlen. Ja. Oh, Ecke. Läuft bei mir. So. Ich wollte... Oh, nochmal Ecke. Ich wollte eigentlich zu Alexander. geht schon war ein guckt ihr fresh dog ja guckt ja fest dann bei sandrainer liebt das wort über alles alter da kann man nix sagen aber es läuft bei uns natürlich mit halte haben wieder ein video drehen mit matthai p mit rafael seelos und mit anderen youtube haben wie zum beispiel gleich philipp und mit eliflox tv ja ich weiß aber schreibt schreibt bitte rafael wie wie man ein hä warum ist hand da drinnen ja warum alter bitte schreibt rafael oder so wie man so a kombi macht auf playstation als nehmen ich kann ja auf playstation streamen dafür brauchen noch die telefonnummer und ich krieg weiter neues handy mit telefonnummer und so und dann wäre bessere kamera haben und wer halt auf der ps4 streamen ja ich habe mir mal schon zum streamen bis auf telefonnummer dann könnt ihr wirklich streamen dann könnt ihr einfach so live aufnehmen mal live muss es nicht sein regler bleibt kann man ihr habt twitch nämlich auch da tue ich eigentlich nie was aber ja auf jeden fall da könnt ihr halt streamen könnt ihr mit headset reden und ja dann wäre halt das video viel schöner als dieses dieses einfach scheiß aufgenommen in das video aber ich glaube alle werden es nicht anschauen weil das video einfach zu dumm dafür ist nein ich meine es nicht so direkt aber er weiß einfach nicht schöne karte ja 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 leute ach so das geht doch das interview ist auch immer ganz lustig und ja ja wie lange sein wir schon bei 14 minuten jo leute ich glaube das war es auch schon wieder entschuldigung liegen dieses video und ich ja ja